Wir drei Stürmer und RZOM machen. Ja. Ja, nur. Wir sind die Kommentatoren. Alter, das ist hell. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, schön. Oh! Arschplätzchen. Arschplätzchen. Das ist auch ein Arschplätzchen, Alter. Da kommt der Fassel. Ähm, ähm. Die Abwehr ist so ein... Zwischen Genie und Wahnsinn, ey. Oh, schade. Ich sehe sie nicht. Es ist zu hell. Sie holt sich den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt die Flanke. Ja, schade. Schön. Schade, Digga. Weiter sind wir. In der heutigen Partie könnte der bisherige Torrekord eingestellt werden. Ein Tor fehlt noch und dann hat er es geschafft. Und das wäre schon ein toller Erfolg. Zuletzt war er torgefährlich. Von daher glaube ich schon, dass er das heute schaffen kann. Die Abwehr wird es nicht leicht haben. Er ist torgefährlich. Im heutigen, diesem Klubspiel in den Griff zu bekommen. Oh, dann auf den Kommentator. Sieht wie in der Nähe aus. 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 Oh, Rüdiger Junge. Ja, er braucht eine halbe Stunde. Oh, er schießt. Jawohl. Digga, gute Balleroberung. Ich habe dreimal Dreieck gedrückt, aber da habe ich ja keinen Bock gehabt. Da ist die Führung. Wichtig. Ach, die Kacke. Schön. Alter, Digga, was ist da? Alter, war ein geiles Ding. What the fuck? Junge, das war ein perfektes Timing. Ich hätte der Computer direkt durchpassen müssen, aber auch halt. Jetzt hat er den Computer noch. No. Oh, ich muss jetzt Platz. Und sie verhindert, dass der Ball reinkommt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, what the fuck? Scheiße, ey, Digga. Digga, aber komm, das war ein Traumtor. What the fuck? Du musst sie doch halten. Ja, Mann. In echt. Puh. Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Den musst sie doch haben, Mann. Ja, Mann, wie ich so sagst, Kreisliga. So einer geht auch in der Liga rein. Ja, 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 ja. Verletzung? Okay. Nee, vom Gegner. Fürsdorf. Ja, Baird ist natürlich ausgefragt. Schöner Spielaufbau. Ja. Ah. Ja, doch, doch, doch. Ja, Obo. Ja. Der kommt an. Leck mir die Nüsse, Alter. Schönes Dribbling hier. Aber in den Nüttern. Flanke kommt rein. Oh, schön Latte. Fuck. Das shit. Alter, aber auch nicht. Warum der liegt nun wieder Pfeilrückzieher? Der Schuss. Warum der... Ich mach Pfeilrückzieher, aber er zieh sie nicht. Digger, was war das denn, Digger? Oh, guter Ging. Ich weiß nicht, ob drei Stern Pfeilrückzieher machen habe. Boah. Weiß ich gar nicht. Komm schon. Was macht denn der Computer da? Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Die stolpern da wieder übereinander, Junge. Was ist das da? Ich bin ja nicht der Abwehrprofi hier. Alter. Da fangen sie den Pass ab. Ich weiß nicht, was mein Spieler macht, Alter. Der ist auf Koks oder so. Wie der spielt. Oh, das ist schon. Das Zuspiel kommt nicht an. Großer Genuss. Ganz energisch. Ganz, ganz großer Genuss. Ja. Elegant gelöst, hier. Ja. Ein guter Zweiger. Jetzt kommen. Ich habe sie noch einen Zentimeter verschoben, Alter. Ich glaube, ich habe sie noch einen Zentimeter verschoben, Alter. Alter Vater, ey. Das ist mir hier zu viel. Das ist mir hier echt ein bisschen eng in der Rose. Oh, ja, hier. Oh nein. Ja. Komm. Nein. Oh, schade. Sorry. Der Ball kommt hoch rein. Komm schon ab, ja. So, das war nix. Der macht ja um die ganze Zeit. Ich kann nicht, Alter. Keine Ahnung, oder? Junge. Was macht die da? Oh, ich kann das nicht mehr. Schön, okay. Sie passt gut auf, hat der Ball. Oh mein Gott. Wenn du den hast. Oh mein Gott, der zieht durch. Aber er muss aufpassen. Warte, warte. Warte. Okay. Der bricht sich an. Fuck, ein Schuss. Das war jetzt eher Hans, aber die Zähne vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Nicht sogar ein Kreisliga-Spieler besser hin als mein Spieler da. Ja. Schade. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Nee, ich bin noch sonst. Hier geht also nicht mehr. Oh, schade. Jetzt der Vorstoß. Hau hin. Schieß! Oh, fuck. Ja, schnake Halbzeit. Ja. Ich hab den Anker dafür nochmal durchlaufen können. Huuu. Ich hab die zwei Tore sehr gut von hinten angefangen. Ja. Der Pass von Marv, der war grad ebenso göttlich, Alter. Klapper Rückstand für City. Egal, dass der durchkommt. Es bleibt spannend. Oh nein, Marvin, jetzt kommt der so. Abadulla, Abadulla. Wohin? Krass. Junge, ich fordere oben den Ball an mit einer Flanke. Oder hast du auch angefordert, Marv? Nee. Die sind manchmal... Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie hier knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Oh, Alter, Gänsehaut. Schön. Jetzt aber. Schick, 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 schick. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Oh Gott, was war das denn? Der war nicht schlecht. Sorry. Sorry. Scheiße, Bro. Der ist absolut faulgott, Alter. Scheiße. Oh, Kacke. Der war nicht so gut. 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 Oh, Ping-Pong. Marvin? Schade. Hey, wäre ich jetzt nicht geradeaus weitergelaufen, hätte ich ... Das macht er richtig gut. Oh, oh. Oh. Machen Sie jetzt gut. Oh. Schade. Schade. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ball kommt schön nach innen. Oh, schade. Oh, sehr stark. Und jetzt bekommen sie die Chance. Was? Ja. Einfach so. Digga. Junge, mein Fuß, Junge. Stark. Ja. Geil, Digga. Ich glaube, das ist schon Doppelpack, kann das sein? Ja. Geil, Mann. Richtig gut. Mein erstes Triple-Tor auch auflegen noch. Ah, let's go, Alter. Komm, Hattrick ist drinnen. Ich mach euch echt nachher eine ZOM-Position. Steht die auch, glaube ich, besser. Warum euch die ganze Zeit auf dem Spielfeld in Flunge rumrennt? Ja. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusswerfer sein, die Fans stehen weiter hinter dem Team. Ecke kommt rein. Schöner Befreiungsschlag. Boah. Was haben wir denn? Jetzt bringen sie die Flanke rein. Ne, 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 ne. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Oh, ja. Mach ich los mal. Schade. Ich werde mir noch ein bisschen ausprobieren, oder? Oh. Schicken, schicken. Oh, der ist gut, Mann. Oh, schade. Warte, ich komm ran. Sie bringen den Ball in die Mitte. Ja. Oh, schade. Der Wafferts Auge, Alter. Oh, du Scheiß. Oh, das macht Bock, Alter. Ich bin absolut nicht so der FIFA-Freund, ne. Aber das macht Bock. Imagine das mit elf Mann. Einer. Nee. So, was machen sie draus? Da ist ja nur noch Geschrei. Ja, lauf. Ich glaub, der ist schon halbtot, Alter. Ja, so wie ich übers Feld strenne, Alter, braucht der ja einfach nur noch ne warme Dusche, Alter. Ja, das ist wahrscheinlich Eisbad. Wie gute alte Eistonne. Ja. Wie Marvin sagt, ich renne wie Flumi über das Spielfeld. Der Bad ist im Seitenhaus. Ich brauche nicht nur 20 Ausdauer, habe ich nur noch. Ihr habt doch alle so um die 50. Nicht schlecht. Schicker. Nice. Die Vorwärtswegung jetzt. Oh, schade. 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 Oh, hier kurz, kurz, kurz. Ah, okay. Erstmal geklärt. Schade. Schade. Abwehr bitte. Abwehr bitte. Nichts Tor draus holen. Oh, der Tor war das draußen. Tim! Tim! Da sind sie wieder. Tor! Sie können wieder rein in dieses Spiel. Nur noch ein. Tor draus, Digga. Weil ich nicht verstellt habe. Okay. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Digga, der Torwart, der war irgendwo im Arsch der Haide, ey. Weil ich wieder einmal noch nach rechts gestellt habe. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Du warst das letzte Mal, Käpt'n. Schade. Sie holen sich hier den Ball. Durchs paar Stellen ein, zwei Tore irgendwie rausgehalten. Es ist nur diese. Müssen sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind nur noch fünf Minuten. Schön. Und. Schiedsrichterin gibt Vorteil. Und das ist auch genau wie wichtig. Das ist, das ist wichtig. Jetzt die Hereingabe. Nein. Das war wichtig, dass sie da klärt. Hallo, Spun, Spun. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Oh mein Gott, der Torwart, Digga. Unfall gut, dann nicht fast. Ja, ich darf mal arbeiten. Hast du deinen Fehler fast wieder gut gemacht. Ach du heiliger. und da kommt die offizielle nachspielzeit zwei minuten stark aber ist gut ist gut ist gut jetzt 5 mitte und ja jetzt gut da man weiß der sieg also am ende in der klinik hat das geben die nervenstärke der mannschaft ja mann ab dafür so war es ist ein Leben zu diesem Spiel bei besten Wetterbedingungen es gibt ich bin nicht froh ehemalige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen von zu schauen für sie zu Hause ich bin sicher heute es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzen Teams die sich heute mit Sicherheit der Menge vorgenommen haben ein Sieg fehlt noch dann während die Aufstiegsspiele hier im Glück ich glaube auch dass sie die Nervenstärke haben okay wer ist jetzt blau die Mannschaft wirkt unheimlich entschlossen das muss auf jeden Fall Freistoß geben einmal gedrückt warum macht er nicht schnell jetzt mal wieder auf rot klarkommen der Trainer ärgert sich der Trainer ist sauer da muss mehr kommen das war ich bereit war heute könnte hier ein neuer Torekord aufgestellt werden ja ein Tor fehlt noch bis der alte Rekord dieser Klubsmannschaft übertroffen ist und das müsste doch jetzt eine Spezialität mit Schusskraft jeder Abwehrprobleme ich habe jetzt eine Schusskraft drin der ist immer da wo er sein muss immer da wo es gefährlich wird und ich glaube den kannst du in dieser Form nie komplett aus dem Spiel nehmen wird sicher heute auch wieder so oh lol der ist Torwart der ist Torwart der ist Torwart gefährlich und leut fand sie auch nicht frei ich stand nicht frei ich stand nicht frei ich stand nicht frei hätte es passen können geht dazwischen oh Gott das war ein schlechter Pass von mir sorry aber ich habe den wiederholt und wieder verloren ich habe den wieder verloren scheiße da ist der Ball wiedergeholt na gut oh holy shit oh schade was war das denn oh ich würde aufpassen und hinten ist immer gefährlich oh ich würde aufpassen aber es wird mal eine große ohne hoch sie holt sich den Ball gut dazwischen gegangen einwurz äh 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 kann man sich mal aufholen äh ne so nicht auf einmal kann man ja reinkriegen jemals oh schön ne ne Ballverlust könnte was werden oh 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 the fuck digga bro ich war ja hallo also oh ich würde auf Seitenwechsel ne mamma mia das Seitenwechsel war nicht schlecht muss man schon sagen nö wenn der gewollt war auf jeden Fall also er sollte auf Marvel gehen ja oh mein Gott der war richtig gut der Pass von mir ja guter Pass und das war Abseits glaube ich ja ich hätte es aber vielleicht selbst schießen können ich habe ich sah eigentlich auch so aus als wäre Marvel nicht mehr in Abseits und er hat ja auch noch extra abgestopft sowieso ja manchmal er gibt den Ball so ist er den Fußball ich habe eine gelbe Karte stimmt wobei ja was jetzt hätten sie Platz auf außen Flanke kommt rein ja oh war das knapp aber bei so einem Ding musst du natürlich what the fuck als ob der nicht drin ist what oh mein Gott und das ist die rote der Brot entscheidung sie holen sich schon gleich ich habe natürlich dieses frühe Pressing Flanke kommt in den 16er natürlich hält sie den mit dem dringesehen da verlieren sie den Ball nicht schlecht es gibt ein Wurf nach diesem guten Zweikampf Ball im Haus oh mein Gott war das ein guter Pass aber das war ein geiler Pass ich komme langsam rein hier der Torwart ist draußen der Torwart ist draußen der hat bestimmt gerade Anschluss bekommen wir hatten uns so viel von dieser Partie versprochen geh wieder ans Tor der Torwart ist wieder draußen der da einfach Manuel Neuer der ist aber Libero schön wie sie diesen Ball da abschirmt was ist denn das hier der Torwart steht sehr weit draußen ja nicht mehr ich wäre wahrscheinlich durchgekommen aber FIFA will halt mal wieder nicht mehr schade ich dachte der wäre weit draußen nachspielzeit ist angezeigt es gibt noch eine Minute obendrauf versuchen kann man es ja noch das war doch niemals ein das ist doch ein Skandal also wirklich die wollen echt nicht das ist doch WTF einfach neu es kann weitergehen Anpfiff zur zweiten Hälfte oh sie suchen nach der Lücke der muss die AP aufpassen nein 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 WTF WTF oh mein Gott Strafraumbesetzung ist irgendwie Null was zum Fick warum ist da alles frei ich glaube Ausgangspunkt für dieses Tor ist dieser unnachgiebige Druck irgendwann ist die Lücke dann einfach los was war das für eine Flanke der Lebe kann er hier das Tor verhindern ja nein BK mach doch schickt die Abwehr ich hab keine Ahnung kann es aber auch bitte einer zu Bayer gehen WTF was macht die denn da oh je Ja, Bro, ich lag auf dem Boden, ich konnte nichts machen. Die EA will nicht, dass wir das Spiel gewinnen. Da kommt der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ruhiger Spielaufbau, wo ist die Chance für den Pass, ganz klar, der Ausgleich muss her. Mann! Ja, 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 ja! Nein! Oh, das ist nicht gut. Komm schon. Nein! Ja! Nein! Was machen die denn? Ab wäre es wieder lost. Oh mein Gott. Da ist der Block. Bahn kommt nun mal nicht durch. Der Ball ist weg. Der Ball ist weg. Der Ball ist weg. Die laufen vom Ball weg. Jetzt. Komm, lauf. Lauf. Jetzt. Jetzt. Oh, okay. Die Runde. Weiß ich nicht. Die Gäste geben hier in der letzten vierten Stunde mehr oder weniger deutlich den Ton an, wenn wir uns die Zahlen beim Ballbesitz ansehen. Und wenn sie hier angesichts der Schorn auch mal Tor machen, dann glaube ich, können sie das Ganze relativ entspannt angehen. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Da könnte durchaus was entstehen. Hm. Ist nicht dein Ernst? Sie macht ihn rein! Hey Junge, was ist das denn? Die stehen da wie die Ziegelsteine. Perfektes Timing bei diesem Schuss. Hier ist doch noch mal. Oh ja. Weiß ich nicht. Wow. Nee. Das ist es nicht. Hä? Was war das denn? Das wäre jetzt mal nix, oder? Jemals. Hallo, geh doch zum Ball. Bist du dumm? Ja. Klasse Aktion. Angstballfrau, Alter. Sie haben nochmal. Gutes Tagling. Der Torwart ist draußen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Oh mein Gott, der ist drinnen. Ah, nice. Okay, Leute. 15 Minuten. Das holen wir noch. 2-1. Hier ist noch alles drin. Spielt der jetzt auf Zeit, oder was? Das ist nicht dein Ernst. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, weg ist der Ball. Da ist der Ball hier erstmal weg. Kann sich keiner beschweren? Als ob das ein Freistoß ist, Mann. Ist der dumm? Ja. Das Resultat ist genau das, was sie sich erhofft hatten. Und jetzt sehnen sie nur noch den Schlusshilf herbei. Nicht wirklich schön für den Neuralszuschauer, auch nicht für die Heimcrines. Und wir hören, dass sie unzufrieden sind. Ist der behindert, oder so? Nein. Frische Himbeeren. Das ist nicht dein Ernst. Ich geh kaputt, Alter. Das wär's gelesen. Das wär's gelesen. Das ist so ein schönes Spiel zugegeben. Nicht entschlossen genug. Gutes zu spielen. Hallo? What the fuck? Ich konnte nichts machen. Ach, klar verliert der hier. So. Jemand. Er zieht vorbei. Einmal an den Ball kommen. Geh doch an den Ball. Der Ball ist draußen. Da haben sie ihn gut gestört. Junge, ey. Was sind die Knochen? Machen wir ihn vor? Nee. Schade. Oh mein Gott, Meier. Ich wollte aber noch ein paar Runden, ne? Schade. Ja. Sechs Leute, what the fuck, einfach nur. Mein Name ist Wolfus, zusammen mit Frank Busch. What? Ich will das Ganze für Sie zuhause kommentieren. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Das ist ein Spiel für zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit sichern... Oh nein, das ist schon wieder so ein... Das ist schon wieder ein Affro, Alter. Wenn Sie wollen, wenn Sie die Aufstiegsspiele hier im Klubsmodus erreicht. Das Ziel ist also völlig klar. Ich glaube, alle sind bereich. Ich finde das so nervig. Oh, die spielen gut. Da ist er auf den Posten und hält. Aber ich stell besser den Torwart. Huh. Das muss ich noch zeigen. Ecke kommt's. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Also bisher läuft's ja. Ich hab grad zwei Angriffe mit Torwart abgewertet durch. Ah, das könnte was werden jetzt. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal... Oh, was war das? Das ist nicht gut. Boah, Dicker. Hilfe. Ich muss einfach noch kurz vor einem Neuer werden. Ecke kommt ins Zentrum. Das Ding müssen Sie machen. Es bleibt bei 0-0 und ich glaub, da wird der Trainer unzufrieden sein. Was war das für ein Pass, Digga? Die Torfrau will doch verlieren. Ball wird geblockt. Oh, was war das denn? Halt ja Knopf gedrückt. Ein Tor fehlt noch und dann hat er den bisherigen Rekord dieser Klubsmannschaft eingestellt. Und wenn das klappt, dann wäre das schon eine sensationelle Leistung. Ah, klasse geklärt. Oh mein Gott. Toller Zweiger. Okay. Okay. Schön. Schön. Klasse Aktion. Schön. Oh, was ein Konter, Junge. Herz geht raus an dich, Marc. Du warst so ein kleiner Info. Das war ein schöner Konter. Junge, das war richtig geil rausgespielt. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor. Den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Oh boy. Okay. Sie müssen den Ball abgeben. Oh ja. Cool. Passert wieder nicht. Oh. Aul. Gut. Für uns so nicht. Stimmt. Ach so. Warte. Oh Gott. Nein, 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 nein. Geh doch drauf. Oh. Schön. Schön. Das war einfach. Ich bin schnell. Und ich mache ihn rein. Ichijosi. Shade dir war. Ah. Wobei ich nicht. Ah, schade ey. Es wird eigentlich. so aus wie so ein lupfer obwohl es eigentlich eine flanke war aber auch hier sauber vom ball gesendet sie bekommen den fahrscheinlich durch kurz war es nicht auch alle macht doppel ich glaube oben langsam wird gefährlich und jetzt frei hier sagt es wäre geil gewesen nein 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 viel zu frei Lohne Torwart, die war. Ah, der war zu früh, sorry. Der Angriff, der Ball läuft gut. Nein! Schade. Wir haben schon die Lücke gesehen, ich bin der Toni Kroos in unserem Team. Ja, Mann. Der Gratsch bin sehr gut. Ich kann es nochmal zurückpassen. Da ist die Chance. Ah, sorry. Oh, schade. Alter. Doppel. Ah, schade. Riesenschnell. Oh, die ist der schnell. Was war das denn? Die kannst du nicht auf Cracken nochmal. Wir sind alle auf Crack, oder? Ja, ruhig. Oh, Junge. Mal, ganz drüben. Mal, ein bisschen zu weit. Oh, oh, oh. Ach, Mann, ich wollte passen. Sorry. Oh, 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 oh. Boah, wir hätten längst schon 2-3-0 führen können. Oh, 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 oh. Was war das denn? Ecke? Nee. Oh, Gott. Sorry, Leute, das war richtig scheiße gespielt. Brrrr. Dann spiel ich doch lieber Tete. Wenn ich so offensiv stehe. Oh. Oh! Oh, Schade. Oh. Oh, Schade, Mann. Dann hat der noch seinen Drecksfuß dazwischen. Oh, dieser Lümmel, ey. Oh, 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 oh. Nein, ich wollte passen. Ich wollte passen. Ja. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Alter. Jo, was war das denn? Was war das denn, Bro? Den haben wir wohl unter Druck gesetzt. Ein bisschen. So, Nachspielzeit angezeigt. Gebt noch mal zwei Minuten drauf. Ich weiß auch nicht, warum er nicht wieder vorspielt. Was? Mann. Oh, mein fucking goodness me. Schieß doch den Ball raus. Määä. So, der... Alter. Beendet diesen ersten Durchgang, yeah. In der ersten Halbzeit an beide Teams ordentlich Gas gegeben. Ich bin gespannt, ob sie das durchhalten. Also von mir aus darf es genauso offensiv weitergehen. Schade. Der Ball wird erst mal abgeschirmt. So, der nicht auch so war. Gefährlich. Boah. Wuh. Also diesmal rettet sich der Torwart um seinen Arsch, ey. Muss ich aber auch vorstellen, wie so ein Schwanzlutscher dauert. Ah. Könnte der Ausgleich sein. Junge, Junge. Schön. Konter. Schoss zum Konter jetzt. Oh, nein. Sehr gut gemacht. Er hat den Ball. Oh. Hey. Ja, nee, das war doch ein Foulspiel. What the fuck? Der Torwart ist draußen, oder? Nee. Boah, ich wollte schon sagen, Alter. What the fuck? Sie müssen den Ball abgeben. Boah. Der muss immer einer durchrutschen und dann mehr das Tor, aber... Na, schau, oh, schieb, 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 schieb. Hätten die Chance gelesen. Sie kann diese Flanke blocken. Ja. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Was, absolvieren? Ach, scheiße, hab ich nicht gesehen. Sorry. Gerade. Oh. Oh, sehr gut. Jetzt haben sie den Ball. Das ist sehr gut. Oh, der fahrt super. Ecke, nice. What's? Doppel? Doppel, doppel? Oh, sorry. Schwacher Fusten. Muss auch echt noch Ausdauerskillen, Alter. Ja. Aber jetzt geht nicht echt ausdauer. Gerade mit dem ZON, ne? Das ist halt... Crazy. Venedig spielt tot, Alter. Ich mach, glaub ich, die meisten Kilometer hier auf dem Platz. Ach. Ach. Ist ja gut. Ja, ne? Ball draußen. Ach, was ist denn? Und geklärt. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte, aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet. Die Gänze gibt's doch nicht. Und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Oha, Digga! Als ob das kein Foul war! Junge, sind wir hier beim Wrestling? Oh, nein! Schade. Weil das vielleicht direkt durchstecken kann. Hab ich! Vorne jetzt die Balle oben rum. Nein! Ah! Kommt hier nix durch gerade. Haben wir? Haben wir? Mitte? Ho, ho, ho. Nein! Alter! Na, Bruder! Ich weiß aber auch nicht, was das schon wieder für einen passt. Ja, irgendwie tun gerade nix durch. Mann. Der Angriff jetzt. Das war ein Foul. Die Lücken sind da, aber die Pässe, die kommen nicht an. Alter, was war das denn? Kann ich mal drauf gehen? Der war... Doch, der ist gut. Alter. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Mach mal, aber. Oh, der ist super! Ja, ich komm. Eine starke Aktion von beiden. Zieht nach innen. Ach, Digga, ich wollte Flanken. Oh, stark! Oh, nein, stopp, Salz! Ach, Mann, Mann. Da ist Thema, Pseis! So, sorry, Marv, sorry. Ist gut. Was? Guter Vorschluss jetzt. Nein! Keine Passmöglichkeit gesehen. Am kurz. Alles gut. Ey, das ist doch ein Foul, Alter. Gut, dass wir schon Foul sein. Ah, das ist nicht gut. Oh, schön! Nein! Oh, nein! Er hatte mal gute Aktion. Oh, Abzalt! Ja, zu spät gesehen. Ach so. Ne, warte mal. Vor, vor der Linie, wenn's... Wenn's mich vor der Linie anpasst, ist es ja kein Abzalt. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, dass wir... Oh, mein Gott. Ja, 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 ja. In die Mitte. Da ist die Flanke. Oh! Ja? Oh, was für eine Parade, wichtig! Es geht aber auch. Schön, schwierig. Es kann nicht sein, Leute! Doppel. Oh, nee! Oh, mein Gott. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Das ist gefährlich. Das ist super gefähr... Nice. Um. Da wäre Platz für den... Schaade. Oh! Oh, mein Gott. Ich kann das nochmal nach oben machen. Ich versuch's. Ey, das ist faulig. Okay, Bro. Entschuldigung. Wer denn? Digger. Oh, mein Gott. Geht er da schon wieder nicht mit dem... Boah, Digger, auch kein Chill machen. Hahahaha. Hahahaha. Ruhig spielen, Jungs. Ruhig spielen. Nice. Pfeif ab, pfeif ab. Komm, pfeif doch ab, Mann. Ja, das könnte ihre letzte Show sein, hier zumindest noch auszugleichen. Mach den weg! Ja. Wir haben den Schluss, wenn Sie in der Partie gehen, da mal so gewonnen haben. Ja, wir haben den Schluss, wenn Sie in der Partie gehen, da mal so gewonnen haben. Viel, also... Das war ein starkes Spiel von uns. Ja. Wir hätten eigentlich zwar gleich 3-4-0 gewinnen können, aber... Da haben die Nerven gehalten. Sie folgen diesen... War ein starkes Spiel. Nice. Alter. Wir haben die Weltmeisterschaft rocken, Alter. Ja, ich bin sicher, das wird entspannend. Ja, wir treiben das jetzt mal nicht. Räumen darf man ja, ne? Komm, mach ihn. Oh Gott, was war das denn? Schön. Schade. Oh, Abseits, oder? Ja, ist Abseits. Ja, wo kann's sagen? Kommt der Lauf einen Moment zu früh und die Konsequenz heißt Abseits. Durchaus eine riskante Spielweise, dieses Lauern. Sie wollen diesen einen Schritt schneller sein. Das geht oft schief, so wie hier. Aber wenn's klappt, dann ist die Chance da. Kleine Zeiten aus, wird natürlich ein Problem jetzt. Da, 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 da. Ach, Mann, das war voll. Oh, schade. Starker Postenmach. Das macht diese Mannschaft natürlich auch so stark, weil sie sich immer wieder durchsetzt. Weil sie niemand aufhalten kann. Hagen. Es geht den Abschluss weiter. Bloi. Oh, der war schwach. Oh. In der Mitte. Oh. So wünschen wir uns das. Frühes Tor. Ja. Wir haben halt zu. Was? Unsere Kai hat mal ein Tor gemacht, krank. Geil, Bro. Dann halt so. Nice. Let's go. Schön rausgespielt, Jungs. Sie bringen den Ball in die Mitte. Situation erstmal geklärt. Aber wohin? Oh, oh, oh. Sehr dribbelt stark. Da sehen wir es wieder. Flanke kommt nach innen. Oh, schade. Oh. Können Sie in Angriff starten? Oh. Schade. Komm, wieder kurz. Oh. Flanke abgeblockt. Ah. Irgendwann klappt das. Das sehe ich genauso. Wir müssen den Ball erstmal hergeben. Guter Vorstoß. Oh. Ich hab den eigentlich immer drinnen gesehen, Alter. Sack. Haaresbreite, sag ich dir. Mir ist gerade irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Mit Toren und Toren. Hier ist das die Chance. Der muss ja, da zündet irgendwie nicht so ganz. Gut, den Ball ab. Tag. Das ist Abseits. Und er pfeift abseits. Oh mein Gott, gefährlich. Ui. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Ja, Abseits angezeigt. Äh? Äh, muss aber sehr knapp gewesen sein. Na. Dann ist niemand mehr im Abseits. Na, so bringt der Pass natürlich herzlich wenig. Da bekommt er Unterstützung. Ja. Ja. Kann sich durchsetzen. Aaaaaaah. Der kann erst mal klären. Lopez. Oh mein Gott, Alter. Ohohoho. Wohin? Verbarg. Ach man. Stark. Hä? Wenn Sie so weiter machen, dann dauert es nicht mehr lange bis zum Tor. Oh. Ja, die Pfeifen sind manchmal so unnötig vor einer. Die Vorwärtswirkung jetzt. Der Solo-Mann, Alter. Ich weiß noch nicht, wo er da noch den Fuß dazwischen bekommt. Ohohoho. Sie haben den Ball. Meine Fresse, Alter. Wirklich. Oh, nee. Oh. So ein Dulli-Ball. Die erste Parade ist einfach nicht gut genug. So ein Dulli-Ball. Das ist aber auch ein Dulli-Ball. Ich werde nicht echt gleich ins Tor. Bro, ich war doch voll frei, Mann. Ich habe auch nichts gedrückt, auf wann kontrolliert er das als Fixen soll, aber ist ja auch egal. Jetzt. Da ist der Ball weg. Also, was war das denn? Jetzt. Schick dich. Schade. Schöner Pass. Jetzt wird's gewählt. Es gibt's nicht. Tolle Parade. Das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejuden. Da ist die Flanke. Das... Boah, Alter. Das ist ärgerlich. Alles richtig bei diesem Kopfball. Das war eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Da verlieren sie den Ball. Schade. Ach, komm. Weiß auch nicht, mit was er es annimmt. Mit dem Glied, was er da noch irgendwie rumschleppt, Alter. Mit einer Hacke oder was auch immer, was da noch war. Scheiße. Boah. Vielleicht kriegen wir noch einen Angriff. Ja, klar, klar. Let's go, Jungs. Konzentration und win. Wohin? Zwei Teams auf Augenhöhe unentschieden bisher. Alles ausgeglichen. Zu Marvin, eigentlich. Hey, das ist doch... Geht dazwischen. Digga. Rede ich doch vernünftig um. Hallo! Ey, das ist doch faul. Digga, ey. Ja, ist doch... Ja, Bruder. Ne? Chill doch mal dein Leben. Okay. Ach, Joga. Ja, man kann mit denen nichts machen, mal die Behinderung des Spassens in den Augen. Aber da machen sie nicht. Gelegenheit jetzt für einen Konter. Ballverlust aus diesem Konter. Ey, ey. Nichts. Jetzt aber auch schon wieder jedes Mal ein Knie dazwischen noch. Kannst nochmal unten noch. Ja. Rentnerbuch gibt man ja. Gut und fair das Deckling. Jetzt müssen Sie aufpassen. Schöner Versuch. Ja! Ja! Unglaubliches Tor! So! Macht man das! War's für ein Traumtor! Sehr gut. Also die Torhüter halten ja echt wie Bronze-Kiefer. Ja. Aktueller Spielstand jetzt also. Ich glaube, hier würde Teile ausrasten, Alter. Oh! Es ist so unglaublich ein. Einlarnt nicht mehr. Bin verflucht, Alter. Ja, da müssen Sie aufpassen. Alter, mein Hals, Alter. Ja, habe ich gerade geschrieben, ne? guter angriff jetzt sie kommen sie wirken da sehr druckvoll abwehr muss aufpassen schade stark schade schön dazwischen wir die gäste sind immer diesen scheiß fuß dazwischen der ballbesitz ist nicht alles sie liegen trotzdem vorn haben ihre szenen holisch ich weiß es digga der war doch voll frei oder war da ab sonst auf jeden fall freistoß geben nicht der ball kommt gut viel vorwärts fragen jetzt ich komme kurz ja es klappt weil ich aufladen aber erst wenn ich mache ich hasse dieses spiel klärt uns gut schön da haben sie jetzt den ball da ist jetzt platz ich laufe ich laufe 20 minuten haben wir noch auf der uhr mal sehen was sich doch 1 so gefährlich gegen weil weiter im spiel könnte durchaus gefährlich werden klappt oh mein gott schade 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 Ich glaube, das war's dann in Sachen Ermahnungen. Noch so eine Aktion. Der ist gefährlich. Schade. Trieb wir nochmal mit dir. Schade. 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 Oh. Ach, Mann. Starke Szene. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Ja. Ja. Mach ihn allein. Schaffst du es? Nein. Kein Bock mehr, Alter. Junge, Junge, Junge. Ja. Es wird aber auch keiner reingehen. Also die Eckenvariante war jetzt mal ein bisschen besser. Ach. Die war gefährlich. Ja. Ja. Oh mein Gott, was war das denn für ein Fehler? Huh. Ja. 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 Pass kommt nicht an. Wie der anguckt. Oh. Oh. Hagen. Dicker. Es ist nur ein 1-2, Alter. Sie holen sich den Ball. Nein. Ach, schade. Oh mein Gott, ist das stark. Ach. Ach du, leck mir die Nüsse. Hast Zeit rausgeholt. Irgendwann Platz der Knoten. Jetzt zurückrennen. Das gibt's nicht. Zurückrennen. Das gibt's nicht. Ja. Das ist noch nicht aus. Alter, letzte Chance. Schön. Der nächste Sieg, Alter. Jetzt können wir mal Ausdauer verbessern. Let's go, Alter. Die Spiele habt euch gefallen? Also mir auf jeden Fall haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis.